Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Ich möchte dir hier einen ganz, ganz kurzen und kompakten Überblick über die verschiedenen Strategien und Wege geben, die du verwenden kannst, um dir ein passives Icon aufzubauen. Und heute möchte ich dafür mit dir über das Thema Forex reden. Ich habe mein Handy an den Start gebracht und schmeiße dir gleich wieder die Stoppuhr an, sodass ich in 60 bis maximal 90 Sekunden damit fertig bin und du einen kurzen und knackigen Überblick bekommst. Also, heute geht es um das Thema Forex. Forex bedeutet, Wechselkurse von Fremdwährungen auszunutzen und am größten Markt der Welt am Forex-Markt zu partizipieren. Das ist der Markt, an dem alle Devisen getauscht werden. Das heißt, Euro in Yen, Dollar in Canadian-Dollar, was auch immer. Alle Fremdwährungen werden dort getauscht und dieser Markt hat ein Volumen, was deutlich größer ist als jeder andere Markt der Welt. Und durch die Differenzen der einzelnen Währungskurse kannst du hier eine schöne Rendite erwirtschaften, wenn du weißt, wie das Traden auf dem Forex-Markt funktioniert. Das heißt, du brauchst da wirklich sehr, sehr tiefgreifende Kenntnisse, um zu schauen, welche Kurse du gegeneinander traden solltest, wie gerade die Entwicklung steht und kannst dann mit nur etwa 15 Minuten täglichem Einsatz im Jahr zwischen 30 und 50 Prozent Rendite bei sehr moderatem Risiko für dich rausholen. So, das war in kurzen Worten Trading. Ich habe es geschafft. Ich bin bei einer Minute sechs. Wenn dich das Forex-Traden weiter interessiert oder wenn du dich für weitere Modelle interessierst, um ein passives Einkommen aufzubauen, dann lade ich dich sehr herzlich zu meinem Orientierungscoaching ein. Und in meinem Orientierungscoaching stelle ich dir alles das vor, was ich in den letzten zwei Jahren über passives Einkommen gelernt habe. Ich durfte mit weit über 100 Experten dafür zusammenarbeiten und gebe dir einen genauen Überblick, was für Modelle es überhaupt gibt, was du benötigst, um in diese einzelnen Modelle einzusteigen, wie viel Zeit, wie viel Geld, was für Skills du brauchst, wie der erwartete Return aus dem Geschäftsmodell ist, sodass du nach unserem Coaching wirklich einen ganz genauen Überblick hast, was ein passendes Modell für dich sein könnte. Dafür machen wir ein dreiwöchiges Power-Coaching, treffen uns zweimal in der Woche zusammen und es gibt auch noch ein zusätzliches Eins-zu-eins-Coaching, was mit dazu ist. Wenn es dich interessiert, freue ich mich sehr. Hier unten ist der Link und wünsche dir noch einen guten, vollen Tag.